. Hast du alles um Kontrolle gehabt? Ist es gut gegangen mit dieser Einrichtung? Das ist richtig. Ich war im Raum Düsseldorf, vergenauert sie in Neuss, bei der Raketenstation Hombräuch. Das ist eine ehemalige Zweite Weltkriegstation der US-Armee. Dort haben sie ein kulturelles Museum aufgebaut, ein kulturelles Museum von Langen Foundation. Julien Charrier hat dort seine Ausstellung «Controlled Burn». Du hast mich gefragt, ob ich alles unter Kontrollen habe oder keine. Nein, nicht in jeder Phase. Dennoch haben wir alles dafür gemacht, die Kontrollen zu behalten und zurück zu gewinnen. Davon sprach, wir haben ja mit Frank Emica Roboter organisiert, die von Deutschland sind gesendet worden. Es gab einen kurzen Zwischenfall, wo Roboter ein Problem hatten, wo wir ein paar Stunden verloren haben. Das konnten aber durch einen sensationellen Support von Frank Emica und mit einem Expresskurier, der aus München gefahren ist. Und dann ist das zeitgerecht 24 Stunden vor dem Preview, der am Freitag war. Da konnten wir sicherstellen, dass alles funktioniert hat. Und dann hat das gewechselte «Hein wir alles unter Kontrollen?», bringen wir das Preview, wo relativ viele Leute angemeldet waren und da kamen. Inklusive der offiziellen Eröffnung am Sonntag, dass wir das unter Kontrollen haben können, haben wir eine Remote Verbindung, weil wir dann nicht mehr vor Ort waren von dem Programmablauf der Applikation. Und dass wir das live überwachen konnten, haben wir das dann noch uns weitergebildet, wie kann man das machen, wie kann man das sinnvoll machen, auch im industriellen Kontext von Applikationen. Und dann haben wir eine App gemacht, die du sicher schön darstellst, wo man jetzt live die Applikation sieht. Auf der linken Seite, welches Programm das läuft oder welchen Status das System hat. Wir haben Operation Hours, das heisst die Öffnungszeiten von morgen um 10 Uhr bis abends um 6 Uhr, sind die offiziellen. Und wir haben eine Anzeige, ob der Service alive ist, sprich, ob der live überläuft. Und wenn der nicht läuft, dann sind wir so drin, dann ist irgendein Problem, wo wir dann eine Meldung bekommen und auf das System remote kommen können und mal erst eine Analyse machen, was es ist. Und allenfalls ja, aber dadurch, dass wir das das erste Mal machen, mit Steinen holen, kann so sein, dass wir dann vor Ort gehen müssen. Und das braucht auch gute Absprache beim Kunden, das ätzliche Verständnis hat bei mir. Und das läuft jetzt für ein Jahr, ja. Also ich muss zuerst mal sagen, dass ich nicht kunstaffin bin, aber immer mehr werden. Die Ausstellung hat mich jetzt eigentlich sehr, sehr berührt, wo mir der Julian eigentlich, als ich am Ende für den Aufbau war, hat er mir die ganze Ausstellung geführt und das zeigt, wo er aufgestellt war. Das hat mich, dadurch, dass es der Julian ist, extrem wissenschaftlich gedrängt. Also er macht sehr viel, er macht selber Diamanten, wirft die aber dann wieder zurück in die Natur. Einer davon hat den Pauten, ist in einem Objekt drin, wo er ein grosses Bohrer aus technischer Aluminium-Teilung fräst, wo er eigentlich auch viel Berührungspunkte hat mit unserer Welt. Er hat Elektronik in Lava eingegossen und stellt ihn dort aus. Dann, wie du angesprochen hast, mit einem Solarpanel. Es geht ja alles um das Thema, das Feuer unter Kontrolle zu haben. Wir haben das Feuer nicht erfunden. Mit neuesten Technologien versucht ganz altertümlich wieder Feuer zu machen. Das sind so die zwei Roboter. Das ist der technische Aspekt, den wir sie ansprechen. In diesem Kontext von Kunst ist es dort ein Museum, wo bombastisch gebaut wird, wo geklotzt wird, ehrlicherweise, wie es auf mich wirkt. Es ist halt die Welt, die ich jetzt auch lernen kenne. Freitagabend ist ich anscheinend im Unwissen von mir, leider hätte ich solitär bleiben, eine riesige Party gefeiert. Wenn man das mehr gesagt hätte, hätte ich wenigstens die Roboter noch angelassen, die könnten mittanzen. Und das ist die Welt, auf mich gebraut. Aber das, was mir geblieben ist, ist wirklich, durch Juliang, die Kunst, die Art von Kunstwerk macht, die sehr, sehr technisch ist. Und sehr wissenschaftlich ist, und wissenschaftlich auf eine Art und Weise fundiert ist. Und er tut das in ihrer Kunst ausdrücken, dass er mich darüber Gedanken machen muss, jetzt im aktuellen Thema, mit Klimaerwärmung, mit Braunkohlen. Er hat dort einen Braunkohlenboden gemacht, in einem Ausstellungsbereich, in dem der Urwald dargestellt wird, wo extrem, und ich dann zuerst einmal auf ihn gelaufen habe, wo ist das Ende des Raums. Dabei haben sie es einfach mit Spiegeln gemacht, mit hochglanzpolierten Spiegeln. Und jeder Schritt, den man macht, muss immer aufpassen, dass man nicht in einen Glasspiegel reinläuft. Und dennoch ist der Raum riesig. Und der Boden dort sind Braunkohlenplatten, die sie selber abgebaut haben, selber poliert haben. Ich habe den Herr gesehen, der das gemacht hat, der vor Ort noch den Boden poliert hat. Es war komplett schwarz. Und es ist ein riesiger Aufwand für ein Kunstobjekt, der in unserer Welt so mit Aufwand, Ertrag, Effizienz einfach völlig differiert voneinander. Und da kann man gegenseitig davon lernen, er auch von uns, von diesem wirklich engineermässigen Vorgehen und Sicherheit und Absperrung, was auch noch das Thema ist, ist sehr, sehr spannend für mich. Und wir sind ja neu in diesem Bereich unterwegs, in den Robotshows und Events, wo das Kulturelle und die Kommunikation drin ist. Und es macht extrem Spass. Man kann völlig anders agieren als in einem typisch technischen, industriellen Projekt.